Joa, da muss man sich direkt zum Part mal wieder äußern. Wir haben gelevelt, ich hab gelevelt. Ihr seht es, Schwabini hat während der Level-Session sogar seine schöne, ich glaub's ist eine Sindelbeere war's, verloren. Ist aber auf Level 20 gelangt. Ähm, können wir uns den Bericht mal angucken. Ja, großartig. Ne, eigentlich wollte ich ja noch durchblättern, das hab ich jetzt nicht gemacht. Großartige Werte, ganz toll. Hat Flügelstark erlernt, äh, relativ früh. Ich weiß nicht mehr genau auf welchem Level, 14, 15, keine Ahnung. Ähm, Flunkiefer hab ich dann, glaub ich, auch noch ein, zwei Level gelevelt. Ich glaub eins, genau, ich wär ein, zwei Level zehn, aber dann irgendwie ging das in der Höhle, wo ich gelevelt hab, da wo wir auch Troy getroffen hatten, ging das mit Flunkiefer nicht so gut. Das ging mit Schwabini deutlich besser, weil da viele Kampfpokémon waren. Ähm, ja, und ich denk auch, das reicht. Was ist denn gerade mit meinem Hals? Eigentlich hab ich nicht gesprochen die ganze Zeit. Ähm, aber ja, das sollte reichen für diese Arena. Da-dam, da-dam. Ich denk, das sollte nur Arbeit sein von kurz mal den Orden abholen. Ja, abholen trifft's, glaub ich, ganz gut. Ich hab echt ein bisschen, ich weiß nicht, ich fühl mich so, kennt ihr das, wenn ihr, wenn ihr, ja, mit der Spielserie ganz vertraut seid und irgendeinen Titel, den ihr zwar auch schon öfters gespielt habt, aber noch nicht so oft, den wieder rausholt. Ihr fühlt euch, also ich fühle mich gerade so nix aus, ich fühle mich total heimisch, ich, es kommt mir alles irgendwie bekannt vor, aber ich fühl mich auch so, ich weiß nicht, so wie ein Kind. Ja, ich hab ein Kind geboren in die Welt gesetzt, das irgendwie nach, nach, das hab ich mit zwei, äh, keine Ahnung, mit fünf, bis fünf Jahre großgezogen, dann kommst du irgendwann mit 30 Jahren wieder. So fühlt sich das gerade an, weil, weil, es kommt mir alles so vertraut vor, aber ich hab trotzdem das Gefühl, dass da eine Entfremdung stattgefunden hat. Keine Ahnung, ich, ich, hab so ein ganz komisches Gefühl gerade, was dieses Spiel betrifft, ein Positives, das gefällt mir sehr gut. Ich hab sehr viel Spaß, gerade mit der Musik wird da einiges bei mir bewirkt, derzeit. Ganz tief in mir. Jetzt macht er einen Potzern, sie wird garantiert einen Superdank, eins ist noch, nutzen wir noch einfach, noch einmal einfach den Flügelschlag. Wie ich gesagt hab, ah, das sollte dann so gereichen, das füllt die KP nicht ganz auf. Und wie ich vermute, hat er es einfach nur, was, warum macht er das jetzt weniger? Nein, ich wollte Druckzug über einsetzen, naja gut. Wenn sie nochmal dran einsetzt, ist das ja, das ist ja Ge-Cheater. Das ist echt nicht nett. Jetzt, jetzt macht er wahrscheinlich noch irgendeinen Trick und gewinnt. Oder auch nicht, ja, den Orden haben wir in der Tasche. War jetzt nicht der größte Akt, wir sind ein bisschen überlevelt, aber es kann auch mal sein, das hilft nur. Und aber das kann man nur besiegt. Ui, 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 du hast eine größere Welle produziert, als ich dir zugetraut hätte. Du hast mich absaufen lassen. Okay, du hast mich erwischt. Nimm mir die Orden in dieser Arena. Warum macht der Wasservergleich erst noch eine Kampf-Arena-Leiter? Na gut, er ist noch mal eine Insel, aber trotzdem. Irgendwaschen Kampfvergleichen wären viel kreativer und neuer gewesen. Da kenne ich keine von. Vogel-Eltin-Knöchel-Orden von Camillo. Also ne, ich glaube, ich kenne keine so Kampfsport-Anwortspiele. Dank des Knöchel-Ordens werden die alle Punkte bis Level 30 gehorchen, ja auch die, die du durch Tausch erhalten hast. Und du kannst die VN-Blitz auch außerhalb eines Kampfes anwenden. Und, wenn du magst, kannst du auch diese technische Maschine anwenden. TM08, äh, lass mich raten. Protzer? Ich weiß nicht, ist es Protzer? Ja. Keine Ahnung, warum ich das noch wusste. Diese Attacke hebt den Status des Angriffs und der Verteidigung. Cool. Wollen wir uns mal unsere Orden angucken? Da unten sind sie, seht ihr sie? Kann man das nicht irgendwo umdrehen? Ja. So, da hinten steht drauf, wenn man Online-Kämpfe bestreitet, dann steht das da drauf. Irgendwie sowas. Aber über diese Mauro-Schnauze von, von unserem Protagonisten komme ich immer noch nicht drüber hinweg. Ich hatte gerade in der Erinnerung, dass Mike Ecke mich jetzt anspricht, soweit ich die Arena verlasse. Aber ich glaube, dass ich da im Kopf gerade bei Pokémon Gold war. Und zwar, ich glaube, nachdem man den letzten, den Drachen, also den letzten, den achten Orden oder den Drachenorden, ist da irgendwas mit Secret oder was beim siebten? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie hatte ich gerade so eine komische Erinnerung. Ihr kennt das vielleicht. Und dann versuche ich immer möglichst verständlich von mir zu geben, was sich da gerade in meinem Kopf, was sich da abgespielt hat. Ahoi, für dich segle ich zu jeder Zeit überall hinten, nur mein Freund, wo es geht. Wir müssen noch nach Gravitport City. Da müssen wir ein Paket abgeben. Oh, jetzt habe ich nicht gelesen, was wir gesagt haben. Angewöhnlich, der Peck, mein Schatz, wir setzen Segel. Ja, aber wahrscheinlich nur so ein Seemannsgaren. Den muss man ja gar nicht ernst nehmen. Aber ich erinnere mich gerade, wie groß die Wasserwelt dieses Spielsdorf war. Ich glaube, das fand ich am Anfang gar nicht so cool. Das mochte ich nicht, weil dann ja die komplette Welt immer dauerhaft Pokémon zum Angreifen bereithält. Ahoi, wir haben ihn in Gravitport City angelegt. Ich vermute, du gehst jetzt zu Captain Brick und bringst ihm die Devon-Waren. So, hier gibt es ganz viele Trainer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich hatte auch hinter den Sonnenstörungen, glaube ich. Wie wäre es, wenn wir es so machen, dass ich die einfach in einer Level-Session fertig mache? Nein, okay, nee. Ich hatte eigentlich keine Lust, im nächsten Part schon wieder eine Level-Session einzufinden. Von daher, nee. Und später im Spielverlauf sind die wahrscheinlich zu schwach, als dass sie noch viele EP geben. Kämpfen mit mir. Machen wir es einfach jetzt, komm. Das ist harte Arbeit, das muss auch mal erledigt werden. Können wir doch hier aber zumindest dann unser schönes... Unser schönes... Wie heißt es denn nochmal? Jetzt habe ich den Namen gerade vergessen. Unser Viech mit dem riesigen Mund auf dem Kopf. Das ist eine komische Beschreibung. Flunkiefer, genau. Damit können wir ja ein bisschen trainieren dann. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Der Sprite sieht echt cool aus von hinten. Also viel, viel cooler als von vorne. Wenn der so auch von vorne wäre. Ich finde dieses Auge sehr geil gepixelt. Das gefällt mir sehr gut. Ach genau, Flunkiefer hat Bist erlernt. Auf Level 11. Keine Ahnung, dieses Auge gefällt mir sehr gut. Das spricht mich sehr an. Wenn das Pokémon von vorne auch so wäre, hätte ich es wahrscheinlich auch öfter gefangen. Dann wäre es wahrscheinlich von hinten nicht mehr so cool. Und meistens sieht man es ja von hinten, wenn man es sich fängt. Ach, Mann. Komm, triff einfach Schwabini, mein Freund. Mein Freund, mein kleines Vögelchen. Nein! Du dreckiges Mistviech. Du kommst auf den Grill. Das ist komisch. Das ist ja, ich überlege die ganze Zeit, wie die Weiterentwicklung von Schwabini heißt. Ich weiß, dass die letzte Entwicklung Schwabos heißt. Aber bis Level 20 hat es sich noch nicht mehr entwickelt. Da gibt es aber noch eine Zwischenstufe, oder? Und ich weiß auch nicht, wie die heißt. Weil es gab immer... Ähm... Bei Taubsi ist Taubsi Tauboga Taubos. Gibt es denn Schwalboga? Ja, Schwalboga, oder? Ist das richtig? Ich glaube schon. Ah, da habe ich es mir gerade erschlossen. Schon gut. Ich komme auf den Namen. Man behält sich den ersten und den letzten Namen viel besser in Erinnerung. Weil der Anfangsname ist halt der, wo man es fängt und so. Und der Mittelname ist nur so eine Übergangsstufe. Die hat man halt nicht so lange. Die Endphase ist sowieso am längsten da. Ich frage mich gerade, wann Travini sich entwickelt. Ich habe da keine Entwicklung abgebrochen. Also nicht, dass ich wüsste. Komm, da sollte eine Schnabel ausreichen. Das ist sehr effektiv. Ja, genau. Und Flunky verreicht Level 12. Auch das ist sehr, sehr schön. Monty ist besiegt. Ja, ein sehr eloquenter Geselle, dieser kleine Seemann. Ähm, dann tue ich mal Flunky einfach direkt nach vorne. Nein, das ist mein Beutel. Unter dem Pokémon. Und tausche diese beiden aus in ihrer Position. Kämpfen gegen das kleine Mädchen da. Warum denn nicht? Ich bin durstig. Ich könnte im Strand aus etwas Sprudel kaufen. Oh, gibt es da etwa ein Item, das heilt, das sich Sprudel nennt? Das ist ja interessant. Und zigzags. Zigzags kann, glaube ich, auch Surfer lernen. Warum macht das am Stand sogar irgendeinen Sinn? Oder kannst du erst die Weiterentwicklung Gera Dax? Das weiß ich gerade nicht ganz genau. Mein Fenster ist jetzt inzwischen auch auf. Also zu dem Ventilator-Hintergrundstörgeräuschen kommen jetzt auch noch Fenstergeräusche. Aber Ventilator hat man eh auch nicht gehört auf der Aufnahme, wie es mir schien. Von daher wird auch das Fenster jetzt wohl nicht mehr so einen Unterschied machen. Und das ist halt wirklich sehr warm. Was sehr schrecklich ist. Und Sparbini, könntest du jetzt dieses Zigzags bitte besiegen? Ich glaube, am Anfang, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, fand ich Zigzags schon irgendwie... Ich glaube, ich fand ihn cool. Aber es war so... Das Problem ist, man ist daran gewöhnt, dass die ersten Starter-Pokémon in dem BMO-G ist. Einmal halt ein Taubsi-Verschnitt und ein Radfahrts-Verschnitt. Und Radfahrts ist immer doof. Und der Taubsi-Verschnitt ist immer cool. Darum will man diesen Radfahrts-Verschnitt nie haben. Also bei mir war das immer so. Vielleicht bin ich da auch ganz gemein und vorurteilen. Ich habe meinen Anker in vielen Häfen der Welt geworfen. Aber Granby Port City ist der schönste Affen. Aber ich glaube, ich fand dann Zigzags doch cool. Ich weiß aber, ich glaube, ich habe mir keins gefangen. Weil ich es halt echt so... Ja, das ist aber so ein Radfahrts-Verschnitt. Ich finde es doch cool, aber... Nee. Eigentlich ziemlich blöd. Aber ich war auch jünger als das Spiel. Ich weiß gar nicht, wann kam das raus? 2002 kam durch in Europa. Pokémon Gelb aus. Ähm. Dann kam Gold irgendwann. Gold kam, glaube ich, gar nicht so viel danach. Ich schätze jetzt mal Pokémon Rubin Saphir kam 2005. Ich werde das kontrollieren. Ich habe die Box hier. Moment. Ich kann ja weiterspielen dabei. Also, ich habe jetzt nicht die Box von Rubin da. Aber ich habe sie von Saphir. Du bist der Beste. Da sollte das ja auch draufstehen. Jetzt ist mir nur mein Mikro im Weg und versperrt mir das Licht so ein bisschen. Ähm. Ich gucke mal. Wo steht das? Game Freak 2003. Ja. 2003. Komm in die malerische Höhenregion. Wurde ich kühne Helden. Neue Freundschaften und hitzige Wettkämpfe. Ne, hitzige Kämpfe nur. Nicht Wettkämpfe. Reiß. Hitzige Kämpfe erwarten. Starte eine steile Karriere. Ja, wir wollen spielen. Okay. Wir haben es verstanden. Ich habe die Box hier. Schön zu lesen, aber kann man auch lassen. Wer bist du? Wir brauchen ganz lange, um unsere Sandbox zu bauen. Das schenke ich dir. Oh, Pudersand. Danke. Und den packen wir direkt in die Tasche. Das ist natürlich super, denn... Ist alles voller Sand, aber hey. Das war das Geschenk des Kleinen Milch, denn das lehnt man nicht ab. So ein Sondshemms sieht doch aus wie eine riesige Blume. Findest du nicht? Ja, gut. Könntest du auch sagen, ein Atompilz sieht. aus wie eine Blume. Weißt du, was ein Atompilz ist? Das willst du nachkennen, dein kleines Mädchen. Erstmal direkt die Zukunft versaut. Mit Depressionen und Ängsten geplagt. Das Kind von... Ausgelöst durch wild gewordenen Pokémon-Trainer. Das wäre eine gute Überschrift. Also 2003 kam das aus. Aber dann kam... Ja gut, Gold war ja auch die spätere Version. Ich glaube, die kam 2000 raus. Irgendwie habe ich die Zahl im Kopf. Dann kam, glaube ich, bei uns... Pokémon Rot kam, glaube ich, insgesamt... Entweder kam es 95 raus. Also Pokémon Rot und Grün kam, glaube ich, 95 raus. Und 96 bei... In Europa und 98... Äh, nee. 96 in Amerika und 98 erst in Europa. Ich habe diese Zahlen im Kopf. Ich könnte sie überprüfen, aber ich werde es nicht tun. Also kontrolliert es lieber selbst, falls ihr darüber eine Doktorarbeit schreibt. Ja. Oder gebt mich nicht an, weil sonst fällt das ja auf mich zurück. Sagen die irgendwie, ich rede Quatsch. Das finde ich nicht gut. Ich habe diese Zahlen einfach im Kopf. Ja, nee, Schwabini hat keine Lust auf dich. Der Angriff singt zwar stark, aber dann können wir hier den Rückzug-Piep irgendwie ansetzen und dieses Piepen von Schwabinis Lebensleiste nerven mich. Wir gehen mal gleich unsere Pokémon heilen. Ja, dumm, dumm. Oh, jetzt habe ich es übersprungen, was du gesagt hast. Es war mir auch egal. Du bist nur ein kleines, nerviges Mädchen. Wer bist du? Das war ja in diesem Bereich nicht sauber. Aber ich sammle zusammen mit meinem Zickzacks den Müll am Ufer auf. Verschmutztes Wasser wird zu Regen und gelangt in die Flüsse, aus denen wir unsere Trinkwasser gewinnen. Verschmutzen wir das Meer, bekommen wir den Schmutz wieder zurück. Ja, das ist doch richtig. Gravel Pot City ist also da oben. War hier nicht unter den Schirmen irgendwo noch jemand? Ich habe so eine Erinnerung, dass sich jemand unter den Schirm versteckt hat. Na gut, dann gucken wir erstmal ins Strandhaus. Wollt ihr auch kämpfen? Dann drehe ich erstmal mit dem Mädchen da raus. Jo, Trainer! Jo, Trainer! Seid ihr in Eile? Müsst ihr wieder vor Ort? Erfrischt euch doch an Papas Ort. Wirst du ein Trainer? Nein. Ja, doch. Okay. Langweilige Kämpfe lohnen sich nicht. Feurig heiße Kämpfe, aber stehlen Trainer und Pokémon. Ja, warum gebe ich mich dann noch mit dir ab? Egal. Zeig mal, was du kannst, du. Eine Ausführung von Schönheit Cordula. Na gut, wenn sie so heißt. Ist halt ihre Berufung. Da fühlt sie sich wirklich berufen. Andere sind Käfersammler oder Angler. Sie ist die Schönheit. Na komm, nehmen wir mal Reptilien, der hat mehr Leben und ist hier auch viel effektiver. Obwohl, Goldini kann immer Schnabel, nicht? Und Schnabel ist sehr effektiv, weil es Flug ist auf Pflanze. Das hat mich schon voll oft genervt. Das weiß ich noch. Ein Punkt von Gold, als man, wenn man durch die ersten acht Ohren hat und dann rüber kann auf die, die, äh, von der, von der, von Kanto, von Joto nach Kanto oder andersrum. Ich verwechsel das immer. Und dann ist er ja der Wasserfrau. Und da gibt es so einen Goldking, glaube ich. Das kann auch Schnabel. Irgendwann hat das, glaube ich, mal mein Megania getötet. Ich weiß nicht, ob das in irgendeinem Let's Play war oder privat. Aber ich kann mich daran erinnern. Das war, das war sehr frustrierend. Ich, naja, ich hatte, glaube ich, noch andere Pokémon. Das war so ein Moment, wo ich dann dachte so, ja, nee, jetzt ist eigentlich auch alles vorbei. Ich hatte ein wildes Goldking, äh, hat mein Megania getötet. Das war brandheiß. So, und dann gucken wir noch, was du da zu sagen hast. Ach, du willst auch kämpfen? Wenn du Lust auf einen heißen Kampfer auf hoher See hast, findest du keinen londerenden Trainer als mich. Wollt ihr beide nicht gegeneinander kämpfen? Ihr steht ja irgendwie so auf heiße Kämpfer und ihr meint beide selbst einer zu sein. Das wäre doch super, wenn ihr euch der Gegenseite euer Ego pushen könnt. Dann sind alle Menschen zufrieden. Flunky war nicht Level 13. Ist auch ein vernünftiges Pokémon. Ich glaube, Stahl-Unlicht war es. Habe ich jetzt immer noch nicht nachgeguckt. Aber ich finde, das ist eine coole Kombination. Warum habe ich jetzt zu Schwabinen gewechselt? Das verstehe ich nicht. Ah, genau, aus taktischen Grund. Weil jetzt, äh, äh, macht er Verwirrung auf mich, dann wechsle ich zu Reptain. Und jetzt macht er aber eine normale Attacke. Hm. Weil er denkt, ich bin ja eh schon verwirrt. Ich dachte, die dumme KI. Wie lege ich jetzt meine, meine Ansprüche an Logik, indem sie einfach doof ist und es nochmal einsetzt. Aber nein. Habe ich Glück gehabt. Absorbern nur normal, effektiv, weil auf Wasser von Wingull zwar doppelt, aber auf Flug nur halb. Muss, das muss man einfach im Kopf haben, ja. Manche Sachen weiß ich auch. Bis zur dritten Generation komme ich ganz gut mit bei den Pokémon-Spielen. Und den Pokémon-Typen und auch den Pokémon selbst. Aber dann irgendwann, dann wird es halt schwieriger. Dann werden es einfach mal so 400... Ich glaube, bis so... Was hat ein Pokémon, Saphir und Rubin und Smile? Was haben die denn für eine Pokémon-Anzeige? Ich glaube, 350, 370? Also es ist auch schon krass, aber... Ab 400 so wurde es dann irgendwie... Da hat es was leicht lächerliches. Inzwischen weiß ich nicht. Sind sie inzwischen schon mal 1.000 angekommen? Ich weiß es nicht. Ich hätte bestimmt... Ne, das hätte ich mitbekommen. Da hätte es schon ganz viele Witze drüber gegeben im Internet. Und das kriege ich dann ja auch mit Ohren an sich, die Spiele spiele. Aber ne, es sind glaube ich echt schon 800 oder 900, die es gibt. Und das ist inzwischen einfach... Das ist einfach lächerlich geworden, weil das ist... Das ist halt wirklich die Definition zu sagen, wenn man einfach nur mehr macht vom selben. Weil das... Das bringt mir dann auch nicht mehr Spielspaß und so. Also... Dann doch lieber mal die anderen Systeme vielleicht überarbeiten und... Andere Key-Mechaniken, die immer noch gleich sind seit den Anfängen. Und vielleicht auch mal Überholung brauchen oder Aktualisierung. Vielleicht einfach mal darum kümmern. Und mein Reptane wird hier ganz schön auseinandergenommen. Oder nimmt sich selbst am meisten auseinander. Ja, mein Reptane ist jetzt draufgegangen. Verliere ich jetzt gegen einen Tintachal auf Level 11? Heilige! Was mache ich denn hier? Ich sollte nicht so viel quatschen. Ich muss jetzt ernsthaft mich konzentriert an diesen Kampf heranwagen. So. Nein, ich möchte jetzt nicht wechseln. Ich möchte jetzt diesen Kampf überstehen. Das ist auch nicht mehr zu fassen. Aber ich glaube, das waren auch die letzten Trainerkämpfe hier. Dann können wir beim nächsten Partnern direkt nach Gravelport City gehen und da mal ordentlich erkunden. Und das Paket abgeben. Bei wem eigentlich nochmal? Irgendwie. Das war ein heißer Kampf. Ich kann die Niederlage verkraften. Ja, ich kann es nicht verkraften, nur so knapp gewonnen zu haben. Ich bin der Besitzer des Strandhauses. Du kannst Mr. Mare zu... Mare oder Mr. Mare... Keine Ahnung. Zu mir sagen. Heißen Pokémon kämpfen... Hä? Heißen Pokémon kämpfen zuzusehen, liebe ich über alles. Zeig mir, wie heiß dein Herz lodert. Wenn du alle Trainer besiegen kannst, werde ich dich belohnen. Hab ich doch. Ah ja, nur für diese... Habe ich das Strandhaus geöffnet. Heiße, lodernde Kämpfer wie mich. Hä? Ich habe hier doch... Ach, da unten. Oh Gott, das kleine Ding. Die mache ich jetzt noch platt, weil das geht... Nee. Ich werde dir zeigen, wie da meine Pokémon sind, aber heul bloß nicht los. Wenn ich gegen die verliere, das wäre jetzt dann echt schon... Aber das kriege ich ja nicht überwunden da. Dass ich sage, da gehe ich nochmal ins Pokémon Center vor, da heile ich mich, um gegen diesen Knirps hier anzutreten. Das würde ich nicht hinbekommen. Das würde ich nicht mit mir selbst vereinbart bekommen, einfach. So, Bist kann zurückschrecken lassen, Bist ist super. Ja, hat glaube ich so eine 20%ige Chance sogar oder so. Ich kann mich erinnern, Kopfnuss war früher in der zweiten Generation, glaube ich, voll krass, was das Zurückschrecken anging. Oder war es Kopfnuss? Ich glaube schon. Ich glaube, das war Kopfnuss. Die kriegt man doch im Wald nach dem zweiten Orden. Ich weiß nicht, wie er heißt und ich weiß noch nicht, wie der Wald heißt. Da, wo man halt das Sichtlohr einfängt und den Zerschneider bekommt, da kriegt man ja auch Kopfnuss. Als DM von so einem Typen, der gegen Baum haut. Oder ich glaube, er bringt es dem Pokémon bei. Eins von beiden. Wir werden es nie erfahren. Dann doch klar, ihr könntet mein Pokémon Goldlitzbeck gucken. Das wäre eine Möglichkeit. Ihr könntet es selber spielen, ihr könntet es nachgoogeln. Also eigentlich war die Aussage, wir werden es nie erfahren, kompletter Schwachsinn. Darauf wollte ich ihn aus. So, kriegt Flunkkiefer hier zumindest ein Level ab. Und was wird unser Geschenk sein? Was wir vom Strandwart da bekommen? Ja, ein Level ab, oder? 14. Das ist doch vernünftig. Ich habe verloren, aber ich heule nicht. Na gut so. Gut so. So, ich habe gewonnen. Du bist brandheiß. Die Kämpfe glühen geradezu. Ich bin mehr als zufrieden. Du hast deine Fertigkeiten bewiesen. So lange schenke ich dir etwas. Das sind sechs Flaschen Schwudel. Oh, das sind sechs, glaube ich, so irgendwas zwischen Trank und Supertrank. Sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, waren das tatsächlich alle? Nicht, dass ich hier Quatsch erzähle. Ja, dann geht es beim nächsten Mal los. Dann gehen wir hier hin. Stellen wir uns jetzt schon mal hier hin. Und speichern. Das war Pokémon Rubin für heute. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich hatte meinen Spaß. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter. Ja. Tschüss. Tschüss.